Hallo und herzlich willkommen zurück zu PharmaRama und ja, ich hatte letztes mal in der letzten Folge vergessen was anzupflanzen, also habe ich das dann auch noch schnell getan. So, jetzt werde ich erstmal mit dem Elevator 21 EP zum Aufstieg gratulieren und habe dafür gerade 21 Erfahrungspunkte erhalten. Pflaumenbaum, Rhabarber, Fledermäuse, Schafel, Solo-Gehege, Herdengehege und eine Fledermaus-Höhle. So, jetzt habe ich auch schon 48 Tulpgrüden. So, jetzt sind wir schon in Level 10. Boah. Und, da ist die Begonie auch noch abpflanzen hier. Ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird. Begonie oder Begonie? Ich schätze mal eher Begonie. Aber, ich bin da kein großer Kenner. Also, So. So. Dann gebe ich den Viechern nochmal Futter. So. Wasser. Mann. Und Wasser. Die brauchen noch 4 Stunden. So. So. Und jetzt, äh, verdrück ich mich mal wieder in die Stadt. Auf den Markt. Äh. So. Futtermittel. Erzeugen. Dünger. Boah. Ach. The fuck. Watt? So teuer? Was ist das denn? Der Verkauf ja erstmal 80 Stück. Artikel anbieten. Dünger. Füff. Komm, machen wir nochmal für 44. 80. Richtig gut. Das gibt einen Schotter. So. Äh. Wie lange ist die Folge jetzt bereits? Oh ne, ich wollte endlich die Camtasia öffnen. Zweieinhalb Minutes. Äh. Das kann auch wieder verschwinden. So. Also, die Folge, die muss ich jetzt echt, leider Gottes, wirklich kurz halten. Da. Ich, äh. Da wir jetzt 10 nach 10 haben. Und ne, ich hab einfach keinen Bock mehr. Ich hab heute einen Schultag hinter mir. Beziehungsweise eine Schulwoche. Und, äh, jetzt muss ich mich erst mal ausruhen. Ich könnte einpennen. Schon jetzt, ähm. Von daher werde ich jetzt, äh, noch eben anpflanzen. Und zwar mehr von der Pegonie dieses Mal, weil ich davon mehr brauche. Hier hab ich schon 500, 500, 500, irgendwas von. 534. Und, ähm. Hier für dieses komische Happy Birthday Gedönsens Zeug. Und, was weiß ich. Weiß der Geier. Hier braucht man, äh. Von diesen Dingern hier. Ja, das gedöhnt sie eben. Und, ja. Und wir haben schon wieder 10,5 Level. Das ist supergeil. Sprich, morgen, vielleicht sogar wieder, ja, morgen früh wieder ein Level ab. Dann schon Level 11. Und wir rücken der, wir rücken dem, hier, diesen, gedöhnen sie hier näher. Und, der weltlichen, das kenne ich nämlich auch noch nicht. Äh, da, das kriegen wir dann auch frei. Und das wäre natürlich richtig gut. So, der, der Truppe, das kann ich eigentlich löschen. Nein. Äh. Kann ich mir selber auch, schade, nicht zum Aufstieg gratulieren. Hm. Morgen werde ich dann auch, äh, hier, diesen, in der Farm Halle, den, das zweite, äh, diesen zweiten, wie heißt das, Restaurantsauftrag machen. Mit, äh, dem, Weizen. Darauf habe ich jetzt allerdings momentan keine Lust auf. Und, äh, das werde ich dann in der nächsten Folge machen. Und dann in Folge 13, also. Äh. Oh, 5 Minuten. Ja, das ist natürlich super cool. Das ist natürlich ein bisschen blöde. Aber ich weiß auch gerade absolut nicht, was ich tun soll. Beziehungsweise, was ich noch machen kann. Ja, hier, die Scheiß interessiert mich nicht. Ich lehne einfach alles mal ab. Wie, dieser Auftrag wurde nicht gefunden. Ja, super. Äh. Äh. So. Noch mal kurz in die Stadt. Ne, mein Dünger wurde noch nicht gekauft. Ne, mein Dünger wurde noch nicht gekauft. Äh. Zeugnisse. Äh. Das ist schon gekauft. Ich hab mir noch für billige, für billige Angebote. Äh. 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 Das heißt, wir haben beim nächsten Mal auch über 3000, äh, Moospenny schonmal. Das ist natürlich auch schonmal eine Errungenschaft. Und ja. Ich würde dann dieses Mal jetzt leider schon sagen, nach knapp 6 Minuten schon sagen, bis zum nächsten Mal. Und danke fürs zu gucken. Beim nächsten Mal gibt's wieder eine normal-längen Folge. Bis zum Nächsten mal dann. Tschöööö. Bis zum nächsten Mal.